So, jetzt ist er wieder fit Okay, dann am besten auf den rechten Hügel von den beiden Äh, also jetzt auf 2 Uhr? Ja, genau vor uns Ja, ob mir passt Moment, Moment, hier ist Scheiße Nicht ganz abschüttig jetzt Alles ja schon im Arsch Ja Was dann? Alles ja schon im Arsch Ja, so gut wie Ah, die Caches da leben noch Wir sollen ja die Caches zerstören Äh, da ist doch Sprengstoff drinne In den Caches Wenn wir Glück haben, ja Ja, weil wir spawnen immer andere Kästen Wenn wir Glück haben, da ist was drin Ja, dann gehen wir